Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn und wir haben hier die Babysitter Mission von Sharky. Das heißt wir sollen hier ein paar Ventile scharf machen. Der wertigsten Mutter der Welt. Der wertigsten Mutter der Welt, genau. Der tollsten Mutter. Das heißt also wenn wir jetzt hier diese Ventile scharf machen, er leitet uns ja an, will ich mir, aha, das war schon gewesen. Dann werden wir uns wahrscheinlich auch wieder angreifen oder was? Das ist ja low. Bis jetzt. Da hinten? Kannst du auch? Du kannst auch, alles klar. Ja, ich mach das. Ne, ich sag du kannst auch, das wollte ich bloß wissen. Okay, ich muss jetzt hier. Ja, na los. Zack, verrostet. Das ist meine Gehölte. Ich komm. Wo bist du? Ach, da hinten. Komm, wir müssen in den Schuppen. Zack, ab. Ja, ich komm. Ja, ich komm ja schon. Ich muss erst mal looten hier. Okay. Alles klar, was ist los. Danke. Ich weiß jede Hilfe zu schätzen. Kein Ding. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Anal-Dildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho amigas wenn du verstehst okay jetzt bin ich da ja aha haben wir beide eingenommen alles klar klar tobi oh cool ja ich sehe ich auch so verdammt oh gott hab ich alles klar Ich schalte diese Pisse aus, egal wie. Lass dich nicht die Fallen kaputt machen. Die Fallen sollen die kaputt machen. Das ist ein ausgefeiltes System. Alles klar. Wo muss ich hin? Zu der Seite, oder? Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde. Und schick die Brassen in den Disco-Himmel. Alles klar. Okay. Auf was müssen wir jetzt achten? Okay, die sollen. Na, kommen Sie! Hilfst du, Mami, die bösen Bogen in die Luft zu sprengen, Blade? Na klar. Hör auf den Knopf. Genau so, Kumpel. Wo muss ich hin? Auf den Knopf muss ich drücken. Ich bin sofort am Stolz auf dich. Ich glaub, ich muss gleich weinen. Hör auf den Knopf zu drücken. Hör auf den Knopf zu drücken. Mann, oh, ich bin dran. Denk von den Knopf? Oh, ich mach's. Oh, ich mach's. Hast du das gesehen, Blade? Der Loser ist frontal in eine Falle gelaufen. Hä, hä. Okay, gut, dann eben nicht. Noch eine Sache, die ich für dich aufgebe. Ich kann dir doch nicht mal böse sein. Du bist so verdammt niedlich. Okay, was soll ich jetzt machen hier? Das heizen. Ich hab's geschafft, Tobi. Wie, du hast es geschafft. Ich bin gestorben. Applaus. Applaus, Applaus. So, und jetzt? Deine Tod. Aktiviere das Druckventil. Hab ich doch gemacht. Trinke mit Sharky. Hab ich gemacht. Verteidige das westliche Hochdruckrohr. Alles klar, wir verteidigen. So, noch mal. Ah, diesen Verrosteten. Ach, verdammt. Lass dich von der besten Musik antreiben, die jemals erschaffen wurde. Und schick die Brassen in den Disco-Himmel. Die müssen sich das jetzt beide verteidigen. Aber wie soll ich das machen noch? Da kommen sie! Von der Seite kommen die hier gar nicht. Du bist ein echtes Natur-Talent. Ja, lass Dampf abbehalten. Oh, ja. Na. Schon wieder. Oh. Kobi, hinter mir steht einer. Der hat mich niedergehauen. Bist du auch down? Nein, nein, nein. Ich lieg hier oben am MG. Da hat mich einer mit dem Knüppel durchgeschlagen. Das ist ja auch wieder eine Mission. Alter Falter. Ich klammere mich ans Leben. Oh, danke. Danke dir. So, weiter geht's. Pass auf. Kein Problem. Geht weiter. Von hinten? Ja, ist klar. So, wo? Du weißt wie ein Baby. Was? Du kannst doch gar nichts machen, du. Du bist am MG und dann... Und dann... Nein, ich sage, ich bin am MG und dann knallte ich einer nieder. Der hat mich niedergeschlagen wieder hier. Alle denken es, ich spreche es aus. Du bist das kurz zu wegen der Geschichte der Babys. Ich klammere mich ans Leben. Oh, nervig. Oh, nervig. Pass auf, zwei Stück sind hier oben, Tobi. Pass auf. Komm hoch. Jetzt hier oben einer. Mach fertig. Der nächste kommt hoch. Ich sterbe hier gleich. Oh, alter Fall, der. Mit dem MG hat es gar keinen Zweck. Ich muss den Tum hochjagen. Lass dich eine Bombe legen. Alles klar. Ich komme noch neben. Ja, ich bin schon tot. Das war's. Alles klar. Wir müssen das Ding nochmal starten. Verdammt. Ich kann mal nicht mit dem Messer. Nein, du kannst hier vor allen Dingen, wenn du am MG hängst, eine und der andere auf der anderen Seite, eigentlich müsstest du den immer Rückendeckung geben. Ja, dann bleib ich bei dir oben und du schiebst. Könnte man so machen, ja. Okay. So, das heißt, einer, ich muss erst mal das dofe Ventil hier, das... Ventil hier, das ist es. Ach, das muss verteidig sein. Nein, 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 nein. Alles klar. So, jetzt. Welche Seite denn jetzt? Die Seite hier, ne? Wo sind die jetzt? Kommen wir jetzt von hinten oder von vorne? Ja, hier, von da. Alles klar. Von so leicht rechts. Da kommen sie! Wo? Wo kommt ihr? Wo, die bösen Buben in die Luft zu sprengen bleibt? Drück auf den Knopf! Genau so, Kumpel! Ich zieh da noch gar keinen, da! Ich bin so verdammt stolz auf dich. Ich, ich glaub, ich muss gleich weinen. Das war gut, Obi. Verdammt, Kleiner, du bist einfach zu gut. Lass uns auch noch ein paar von denen übrig. Mann! Ja! Yeah! Oh, nef! Na los, komm! Fertam! Oh, die Knarre. Oh, die Knarre, die Knarre, die Knarre. Alle denken es, ich spreche es aus. Du bist das Kunt. Mach's dir doch nicht gemütlich. Von hinten kommt gleich die nächste Welle. Alles klar, Tobi von hinten. Tobi, Achtung von hinten jetzt, ne? Ja. Ja, bitte nicht dumpf, Backe, ja? Schon gar nicht die, die versuchen, uns zu helfen. Irgendein Hochdruckrohr wird wieder angegriffen, aber wo? Ich hab die Schiebe. Alle denken es, ich spreche es aus. Du bist das coolste. Neblig, alter Falter. Ja, ehrlich, abgesehen von Napoleon hat niemand so viele rumgelegt wie du. Hast du das gesehen, Brace? Der Loser ist in der Falle gelaufen. Ich hab die Schiebe von allen Seiten gleichzeitig. Das sind mehr als sonst. Die wollen uns erledigen. Die greifen mich hier oben schon an, Tobi. Die greifen mich hier oben an. Und ich bin schon fast tot gewesen. Mann! Ich bin erledigt, Tobi. Tobi, das hat keinen Zweck, wenn du runtergehst. Weil dann kommen die hier hoch und dann, du musst mir die Rücken freihalten. Die haben mich fertig gemacht. Die haben mich fertig gemacht hier oben. Oh, du kannst ja nichts machen, weißt du? Du hängst da an dem MG. Verdammt, ey. Mach's dir doch nicht gemütlich. Von hinten kommt gleich die nächste Welle. Hä? Auch wenn wir beide oben bleiben, ist das... Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ja, wie man es macht, weiß man. Keine Ahnung. Also die kommen mit dem Seil da hinten rüber und links und rechts. Achso, okay, wir müssen nicht alles verneuern machen. Nee, nee, nur das jetzt. Da drüben. Das ist einfach nur so gut, gut, gut! Warte, ist mir alles gut. Direkt. Nein! Nein! Nicht den Klopf drücken! Hör auf den Klopf zu drücken! Hallo, ich bin dran! 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 Okay, gut, dann eben nicht! Noch eine Sache, die ich für dich aufgebe! Ich kann dir doch nicht mal böse sein! Du bist so verdammt niedlich! Boah, alter Falter! Das ist einfach nur so gut, 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 gut! Du siehst gar nichts mehr, du! Oh, 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 schon wieder! Das hat keinen Zweck, die sind dann oben und dann drehen die dich hier. ja weil oben ist ja vorher kann ich mich nicht darauf konzentrieren ja auch waren vor allen dingen sind hier scharfschützen weißt du ich muss mich jetzt mal erholen das kind ist der hammer ist es hier wieder frei auch jetzt wieder auf der anderen seite wo denn jetzt Ja, wo? Wo? Da, da. Alles klar, warte. Okay, geht los. Gott, ist das so frei. Hä? Ich war gerade hier drin. Ja, es passiert im Eifer des Gefechts. Oh, wo muss ich hin gehen? Nerf, Nerf. Oh, das ist auch nicht zu fassen. Ich will leben. Ich klammere mich. Ich stehe hinter dir, aber nur mit der linken, mit der rechten Maustaste. Danke dir. Ich lebe nicht so sehr, schweiler Mann. Du wirst die Tome schützen. Diese Peller werden versuchen, ihn hochzujagen. Oh, schon wieder, ey. Das ist ja auch noch mal. Das ist ja auch noch mal, Tobi. Aber das war ja auch eine verstärkte Stufe hier. Siehst du am Boden? Ja, ich bin gleich tot. Na, ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen kämpfen kannst du noch. Damit eine Bombe wurde gelegt. Da muss ich mich drum kümmern. Ja, ich klammere am Leben. Ich klammere mich ans Leben. Wo denn? Ich sehe dich gar nicht. Ja, jetzt kommst du hin. Jetzt gehst du vor mir, glaube ich. Ja, danke. Irgendwo ist eine Bombe. Warte. Wo ist die Bombe? Was war das denn? Eine Bombe. Oh Gott, ist das ein, ein Gezirpe hier. Ich wollte sie gerade entschärfen. Und jetzt kommt sie wieder von hinten. Druckventil Nummer 21. Ja, ja, wir wissen es. Okay, nochmal auf da. Die ist kein MG mehr, aber doch. Mann, Mann, Mann. Na los, kommt her. Haha, volltrattel. Nein, nein, nicht den Knopf drücken. Hör auf, den Knopf zu drücken. Mann, oh, ich bin dran. Von dem Knopf. Okay, gut, dann eben nicht. Noch eine Sache, die ich für dich aufgebe. Ich kann dir doch nicht mal böse sein. Du bist doch verdammt niedlich. Die Schaf schützen hier. Die Schaf schützen hier. Die Schaf schützen hier. Richtig, so mein Kleider. So, wo jetzt? Und jetzt? Die andere Seite, wa? Shit, jetzt kommen die von allen Seiten gleichzeitig. Na toll. Das sind mehr als sonst. Die wollen uns erledigen. Jetzt müssen wir beide auf einer Seite mit dem MG sein, wahrscheinlich. Ich bin dran, wenn ich. Tobi. Ey, guck mal, hier ist gut ja noch nichts. Ich hab ein Ohrjuck. Alle denken es, ich spreche es aus. Du bist das kurzste Baby in der Geschichte. Jetzt geht es bei mir auf. Ganz ehrlich, abgesehen von Napoleon hat niemand so viele umgelegt wie du. Okay. Oh ne, wo denn nun noch? Haha, Volltrassel. Gut. Weiter. Wo? Ich muss weiter verteidigen, Tobi. Ja, ich auch. Im Moment ist bei mir erstmal Ruhe. Aber ich spüre hier jemanden. Aber das ist bei dir auf deiner Seite, wa? Keine Gegner im Moment hier. Wo denn? Wo wird hier ein Hochdruck vor? Ich kann dir doch nicht mal böse sein. Du bist so verdammt niedlich. Ich bin so verdammt niedlich. Ich bin so verdammt niedlich. Aber ich fahre ich nicht. Ich bin so verdammt. Ich bin so verdammt niedlich. Das ist bei mir. Ich bin so verdammt niedlich. mit einem M.G. Alter. Gott, wie lange geht das noch, ey? Aber ist es mal besser? Das Westliche. Ah, ganz gut, oder? Wo denn jetzt noch? Oh, haben wir geschafft, ey. In letzter Minute. Prosperity, ein Spezialist dazu. Mal los. Oh, Tobi, ehrlich. Danke dir, war ein guter Fight. Partner. Als würdest du uns damit wehtun, aber falsch gedacht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir ist wichtiger, dass du echt glaubst, du wärst schlau. Wenn ich dich kriege, ich dir den Arschloch zu. Dann weißt du, dass du nur voller Scheiße bist. Bin ich hier? Ja. Gibt eher. Oh. Ich muss zu laden. Hast du Granatwerfer? Nein. Bär. Komm her, Tobi. Los, lass es abbauen. Tobi, weg hier. Ja. Wo ist der Bär? Ich bin den Bär los. Ja, aber ich nicht. Hier ist wieder so eine Kiste. Ich habe ja noch einen Safe gefunden. Aber der ist schwer, ist auch hier. Der wäre auch? Ja. Nein. Tobi, geht's dir gut? Nein. Was machst du denn da, Tobi? Spielst du mit den Bären? Du sollst doch nicht mit Bären spielen. Ich will da gar nicht. Ich bin schon wieder ins Wasser baden gegangen. Lass uns abbauen. Ja, da hinten ist so eine Kiste. Ja, ich weiß. Wo ist der Bär? Kommt der hinterher? Nee, der ist da oben. Das ist kein Teddybär. Was sagst du? Ich sag, das ist kein Teddybär. Das ist kein Teddybär. Vom Wasser aus kannst du ihn gar nicht erschießen. Ich sehe ihn. Ja, der ist genau zwischen dem, was die Decke ist. Ja. So ein Loot-Päckchen hier. Ich glaube, der hat die Leichen mitgenommen. Ja. Okay. Komm mal, komm mit dir. Du sitzt da hinten, der trägt die weg. Ach, tatsächlich. Ey, das ist meine Loot-Leiche. Du hast recht. Guck mal, da ist sogar noch Loot drin. Der Trich. Das ist der Hammer. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Was macht er damit, wenn wir den verfolgen? Warte, ich habe ein... Nicht drauf schießen, nur verfolgen. Ich wollte wissen, was er damit macht. Ich wollte die Leiche haben. Team muss noch zum Looten sein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ja cool. Da ist die Leiche. So, jetzt kann der Bär sie wieder haben. Was ist das? Guck mal hier, was ist das? Geplündert. Eine kleine Strohöhle. Warum nicht der Stroh? Das kann man... Da, weil das die Bärenhöhle ist. Warum liegt hier Stroh? Weil das die Bärenhöhle ist. Komm weg da. Und warum hast du den Boot auf? Weil ich damit Boot aufsehe. Und wer ist er hier? Mach ich. Entschuldigung. Das muss ich auch sagen. Okay. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Okay, Tobi. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende. Wir sind wirklich am Ende. Tobi. Kannst du auch abspeichern eigentlich, wenn ich abspeichere? Ja, aber du musst speichern, weil es ist dein Spielstand. Alles klar. Gut. Du könntest hier im Singleplayer auch einfach weiterspielen. Ich weiß. Ich kenne das. Ja, mein Singleplayer ist noch... So als hätte ich noch nie gespielt. Ach so. Für dich ist das hier alles gespeichert. Alles klar, Tobi. Gut, Tobi. Gut, Gast. Gut, dann beenden wir hier die Folge. Hab recht herzlichen Dank. Hat einen Heidenspaß gemacht. Wieder mal, Tobi. Und bis zum nächsten Mal. Erst mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.